Du bist zu spät. Komm rein. Ich bin so froh, dass es endlich mit uns geklappt hat. Du willst also meine Tochter daten? Ich habe gehört, du bist ein Businessman. Das stimmt. Ich bin ein Mann des Showbusiness. Ich bin Sänger. Dann muss man meiner Tochter wohl die Richtung selbst zahlen. Papa, sei doch nicht so. Er ist bestimmt ein netter, talentierter Mann. Magst du uns vielleicht was vorspielen? Es wäre mir eine Ehre. Ich bin Sänger. 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 Ich bin Sänger.